So Leute, heute gibt es wieder V-Bucks Missionen und wir fangen an mit Blankertronnen. Ah hier, 3000 Blitz. 23er Mission, 30 V-Bucks. Dann geht es nach Brutal. Hier haben wir direkt hier, 64er Mission, 2er Atlas, 35 E-Bucks. Ja, das ist doch gut, 65 plus nochmal 50, aber 115, ja das geht auf jeden Fall klar. Das sind zwar 2, aber ok.